dass das eine fút ich habe es noch 3 Minuten Zeit zum Punkt machen. 8 Kills. Wie bist du fürst? Du sagst ey, hast du das Glück bekommen? Medaille? 4.000 Punkte, wo hast du die her? Auf. Du hast 4 Kills mehr und hast 3.000 Punkte. Ah, du hast 5.000 Punkte mehr und hast 4 Kills mehr. Wie geht das? Da hast du irgendeine Medaille bekommen gerade. Hast du einen Garst? Scheiße. Und daran siehst du halt, wie die Leute die Punkte machen. Mal so gesehen, du siehst z.B. bei dem Schwur, dass der viermal so viel Verteidigung gemacht hat, wie wir jetzt gerade machen, wie Angriffe. Das haben die z.B. alle gar nicht. Wir haben alle viel mehr Angriffe als Verteidigung. Und du machst die Punkte wie jetzt gerade z.B. Ja, natürlich. Das ist genau die, den Gedanken habe ich immer schon. So ist das. Guck mal, ich habe es noch 3 Minuten Zeit zum Punkt machen. 8 Kills. Du bist fürst. Du sagst, ey, hast du das Glück bekommen? Medaille? 4.000 Punkte? Wo hast du die her? Auf. Du hast 4 Kills mehr und hast 3.000 Punkte. Ah, du hast 5.000 Punkte mehr und 4 Kills mehr. Wie geht das? Da hast du irgendeine Medaille bekommen gerade. Nichts fast gehabt. Nichts fast gehabt. Nichts fast gehabt. Nichts fast gehabt. Nichts fast geht. Abschyang ke KPIs